Da gönnt sich der liebe Jay mal ein kleines bisschen Weekend und dann werde ich mit Pienz überrannt. Mittlerweile übrigens bin ich knapp bei 4000 ungelesenen Nachrichten, also für diejenigen, die lange warten, es tut mir leid. Aber ihr schreibt mir massiv viele Nachrichten, manchmal weiss ich gar nicht, wann ich die alle beantworten soll, aber egal, alles gut. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, es ist immer ein bisschen das gleiche Thema, bin dann bei meinen oder anderen rein und habe gesehen, es geht um das Thema FTX. FTX ist eine Börse und da wird jetzt gemunkelt, dass sozusagen eine Tochter, Schwester, Firma, wie auch immer man das nennen will, in den Konkurs gehen könnte und dass für die Börse FTX ebenfalls ein Problem kommen kann. Darüber will ich natürlich mit euch sprechen und natürlich haben wir auch noch das ein oder andere Thema über Bitcoin, was wir auch ansprechen müssen, denn da draussen gibt es schon wieder Pienluenzen, die reden von 40.000 Dollar. Wir sind noch nicht mal nachhaltig über 21 raus. Naja, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Naja, liebe Freunde, wir starten natürlich gleich mit dem 4. und hier liegen wir bei 33 Punkten, somit immer noch im 4-Level und wir müssen diese Woche auf jeden Fall mal ein bisschen zuwarten, mal schauen, ob wir es schaffen, langfristig eine gewisse Widerstandszone zu durchbrechen, das werden wir noch sehen. Heute sind zwei wichtige Termine der Schweizer Nationalbank wichtig. Das eine ist die Arbeitslosenquote, das wird natürlich auch den Zug oder den weiteren Schritt der Zinserhöhung von der Schweizer Nationalbank betreffen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt eigentlich schon angelangt sind mit 0,5 Basispunkten. Es kann aber auch sein, also 0,5 mit 50 Basispunkten, oder ob wir wirklich auf 100 Basispunkten erhöhen werden, also total 100, werden wir heute auf jeden Fall sicherlich etwa herauskristallisieren können. Natürlich hat die Schweiz hier keinen grossartigen Impact auf die Weltwirtschaft, aber es hat noch einen anderen Aspekt, nämlich wird wieder gezeigt, wie viele Devisen haben wir denn aktuell. In den Büchern stehen beide Schweizer Nationalbank, denn die Schweizer Nationalbank handelt sehr, sehr exakt und gut mit den Devisen und gleicht somit eigentlich die Stärke des Schweizer Franken immer wieder ein bisschen ab. Also wir werten uns eigentlich immer wieder ab, da wir eigentlich mit unserem Wert viel höher werden als alle anderen und das wäre natürlich für unser Bruttoinlandprodukt sehr schlecht. Also aus diesem Grund sind diese zwei Termine heute sehr, sehr wichtig. Der eine ist 4 vor 8 und der andere wäre dann irgendwo um halb neun, habe ich im Kopf. Sowas in die Richtung. Ich wurde am Wochenende über YouTube eigentlich angefangen und gesagt, ja jetzt ist der Preis nach oben geschossen und das erwähnt natürlich wieder niemand. Nein, nein, eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, entweder hört man mir nicht richtig zu in den Videos oder man ist bei mir nicht in der Telegram-Gruppe, dann bist du selbst schon. Dies ist nämlich kostenlos, da kannst du einfach beitilgen, denn da schicke ich manchmal Sprachnachrichten, Videonachrichten oder eben sogar Textnachrichten und auch Chart-Analysen. Also das lohnt sich wirklich, mal bei uns reinzuschauen, ist nämlich kostenlos. Auf jeden Fall wurde ich immer wieder gefragt, Jay, kannst du mir jetzt erklären, wieso der Preis jetzt nach oben gegangen ist? Ja, kann ich. Das ist ja eigentlich völlig logisch. Ich habe auch in der Chart-Analyse gesagt, ich habe angefangen, Longs wieder aufzubauen, um eben einen gewissen Effekt mitzunehmen. Der Grund dafür ist eigentlich klar, wenn die FED hat uns schon seit längerer Zeit bekannt gegeben, dass 75, 50, 25, 25 die nächsten Schritte sind für die Zinserhöhung. Gut, die 75 sind eingetroffen, jetzt fehlte nur noch eine Bestätigung des Marktes, dass auch die 50 kommen werden, also eine Erleichterung der Ansätze der Zinserhöhung. Und das war natürlich die Botschaft dann von der Arbeitslosigkeit. Wäre die Arbeitslosenquote gesunken, hätte die FED sogar sagen können, wir können eigentlich nochmals 75 Basispunkte erhöhen. Unsere Wirtschaft erträgt das. Aber genau das ist eben nicht passiert, weil eben die Zinsen, also respektive die Arbeitslosigkeit, ist um 0,1, das ist nicht gravierend, jetzt in meines Erachtens, aber ist um 0,1 gestiegen. Darauf hat aber der Markt bereits schon reagiert und gesagt, hey, perfekt, wir haben 0,8 erwartet oder 4,8 erwartet, wir sind bei 4,9 raus. Also ist es eine Bestätigung für den Fahrplan und der FED, dass wir ein bisschen runtergehen müssen. Das bedeutet, im Endeffekt hat man irgendwo eine Zahl X, die in den Köpfen der Märkte drin ist, die sagen, okay, bis so hoch kommt es, okay, das ist kalkulierbar, wir rechnen noch damit ungefähr 18 Monate, dann werden die Zinsen wieder runtergehen. Okay, wir können gewisse Kredite aufnehmen, wir können wieder investieren oder wir haben genügend Polster in Firmen und Unternehmen, zum sagen, okay, wir stellen wieder ein und können diesbezüglich auch wieder in Innovationen und Fortschritt der eigenen Volkswirtschaft investieren. Das war der Grund, wieso der Preis auch umgeht. Aber dazu braucht es vielleicht ein bisschen makroökonomisches Denken. Denn das kann ich euch natürlich nicht jeden Tag vermitteln. Aber das ist wirklich wichtig. Auch insbesondere dann, wenn man gerne mal lernen möchte, nachhaltig zu traden, ist eben solche Sachen wichtig. Ja, und dann dachte ich, ich kann mein Weekend genießen. Dann habe ich, by the way, mittlerweile über 4.000 ungelesene Nachrichten. Es tut mir also leid, ich werde nicht alle beantworten können. Und wenn, dann würde es eine Ewigkeit dauern. Es kommen ja auch immer neue dazu. Ja, ich habe dann aber trotzdem gesehen, viele haben mich da angeschrieben, FTX, FTX, FTX. Jay, kannst du mal sagen, was ist hier los? FTX steht vor Liquidation etc. Also ist es nicht die FTX, aber da komme ich gleich dazu. Aber es ist auch ein kleiner Machtkampf, natürlich zwischen Binance und FTX. Die beiden CEOs spielen sich da ein bisschen die Bälle hin und her. Man muss aber auch eins wissen, dass Binance sehr, sehr lange auch FTX gestützt hat. Teilweise auch in gewissen Formen investiert hat. Also muss man da ein bisschen aufpassen, was da gerade läuft. Zu meinem Teil, ich glaube, in der Schweiz wäre so etwas gar nicht zulässig. Da würdest du nämlich mit deinem Fuß schon im Gefängnis stehen. Spielt aber keine Rolle. FTX und Binance sind die Nummer 1 und die Nummer 2. Aktuell, wenn es um das Volumentraining geht. Also hier müssen wir auf jeden Fall mal das ein bisschen ausblenden. Dann geht es natürlich aktuell darum, was ist Almeda Research? Und das ist nämlich genau das Problem, das wir aktuell haben. Respektive es wird ein Gerücht gestreut darüber. Eigentlich ist es ein cleverer Zug. Man komme und gründe eine Exchange. Die Exchange, die ist sehr liquide. Liquide Mittel sind also vorhanden. Man kann einige Assets drauf spielen. Die Ending, etwas anders als viele andere Exchanges. Und aus diesem Grund auch hier nochmal ein kleines Warnschild für all diejenigen, die denken, oh FTX, da sind ja alle Grossen unterwegs. Da kann ich ja als Anfänger auch hingehen. Da kann ja nichts schief gehen. Ja, eben leider doch. Genau da machst du die grössten Fehler. Haltet euch an kleinere Exchanges fest. Da, wo auch ein gewisser Support zur Verfügung steht. Da, wo ihr auch die Engine versteht. Engine komme ich gleich dazu. Denn da könnt ihr wirklich die Finger verbrennen. Ich habe in den letzten 18 Monaten fast 30 Leuten aus den Fängen von FTX-Engine rausgeholfen, damit sie wieder aus dem Trade rauskommen. Die haben alle gesagt, ich bin da wieder weg. Es war mir einfach zu heiss. Und ja, für die Leute, die genügend Kapital haben, die mit Cross-Marshing arbeiten können, das ist mir egal. Da könnt ihr auf FTX stehen, tun und machen, was ihr wollt. Aber ich sage euch eins, für Anfänger ist diese Plattform meines Erachtens nicht wirklich gut durchdacht. Einfach das als kleiner Hinweis von meiner Seite. So, also jetzt gehen Gerüchte rum. Ja, da ist ja was am Blut. Und zwar eben könnte das Thema Involvenz im Spiel sein. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen näher anschaut, da feuert natürlich C.C. natürlich schon einiges raus, wenn es um das Thema FTX geht. Und er hat jetzt auch gesagt, wir haben jahrelang FTT, das hauseigene Token, unterstützt. Und wir lassen den jetzt auch irgendwann mal auslaufen. Wenn er dann mal weg ist, ist er weg. Man muss aber auch hier sagen, sollte da wirklich im Gerücht etwas Wahres dran sein, und da komme ich auch gleich dazu, dann ist natürlich schon die Verantwortung jedes Exchanges, natürlich seine Nutzer zu schützen. Man denke an das Thema XRP. Kaum war das bei der SEC ein Thema auf dem Tisch, wurde da überall alles rausgenommen. Also es gab ein Delisting auf jeden Exchanges über XRP. Und genau hier bin ich eigentlich der Meinung, dass auch die Leute, natürlich muss man Research machen, wenn Alameda Research, und das kommt jetzt eben der Clou da an der ganzen Geschichte, eigentlich so ein Trading-System dahinter ist, was eigentlich immer als irgendwo Top-Ranking drin war, und sich eigentlich hier immer getradet hat. Ich weiss, vielleicht hat Alameda auf FTX selbst getradet, und dann gemerkt, oh, ich habe mich vertan, und komme nicht mehr aus dieser Engine-Scheisse raus, wo immer mein Break-In-Point nach oben geht. Kann natürlich auch sein. Naja, Fakt ist, dass wir aktuell keine richtigen Datenfakten haben. Das ist mal das eine. Was wir ein bisschen rausziehen können ist, okay, wir haben einen Token. Der Token ist auch bei Alameda Research sehr, sehr entscheidend und wichtig. Aber der Token fehlt natürlich jetzt dementsprechend nicht erst seit gestern, sondern man sieht hier schon einen längeren Werdegang. Was das jetzt natürlich zu tun hat, ist natürlich so, jetzt könnten die Leute natürlich relativ schnell ihr Kapital abziehen und sagen, ich gehe mal weg von diesem Exchange. Es ist mir zu gefährlich, weil da hängt da viel zu viel zusammen. Und sollte wirklich Alameda Research-Konkurs gehen, würden die auch FTX mitnehmen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich glaube sogar, dass FTX genügend Kapital hätte, hier dieses Problem zu lösen. Aber wie es halt so ist, ob es jetzt eine Tochterfirma oder eine Schwesterfirma ist, wie man es auch nennen will, spielt da keine Rolle. Die Alameda, also respektive die Caroline Allison, die CEO von Alameda Research, hat da natürlich etwas getwittert. Die musste natürlich ein bisschen Stellung nehmen. Und sie hat gesagt, die Vermögenswerte in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar in der durchgesichteten Bilanz sei nicht widerspielend. Also sie hätten anscheinend viel, viel mehr und sie hätten auch gleichzeitig schon viele offene Kredite zurückbezahlt, was jetzt hier nicht stimmt. Ich will aber auch hier sagen, wir kennen diese Spielerei oftmals dieses Zeiterkaufen. Das hatten wir auch schon jetzt erlebt. War nicht gerade vor jüngster Zeit, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Viele waren davon überzeugt. Die haben gesagt, nur Luna. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Und auch hier, wenn es um das Thema Exchange geht, passt mit einfach auf. Ich weiss, viele YouTuber kommen und sagen, Moment mal, FTX hat eine Lizenz. Ja, die haben eine BaFin-Lizenz. Eigentlich ist das nicht ganz richtig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Weil die haben so einen Zwischenhändler, der eben lizenziert ist für die BaFin und eigentlich die Verantwortung von FTX Exchange läuft über dieses Institut. Und dieses Institut, wo die BaFin hat, gibt eigentlich alles wieder. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn FTX selbst eine eigene BaFin-Lizenz hat. Oftmals wird das gerne irgendwie umgetauscht oder verdreht oder gemacht, getan. Leute, seien mir da wirklich vorsichtig. Wenn ein Unternehmen in einem besagten Land ein Unternehmen hat und dazu auch eine Lizenz führt, dann muss ich sagen, dann sieht es sauber aus, dann kann man darüber reden. Man muss vielleicht auch darüber mal überlegen, was macht eigentlich eine BaFin oder eine Finma? Finma wäre ja in der Schweiz. Also die Finma kommt zum Beispiel und sagt, so, Swiss CryptoJ, du willst also Finanzberatung machen, da brauchst du eine Finma-Lizenz oder eine gestützte Finma-Lizenz und nur du kriegst sie dann, wenn du auch dafür Verantwortung tragen kannst. Das bedeutet, würde ich jetzt zum Beispiel Vermögensverwalter sein, müsste ich mindestens 40% von dem Kapital, was ich verwalte, auch auf Reserve auf der Seite habe. Das ist eine Richtlinie von der Finma. Da kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas, aber habe selber nichts auf der Seite. Das geht ja auch nicht. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich da eigentlich jeden anspreche, der mit Schweizer Franken sein Hab und Gut zu Hause hat. Also jeder, der zu Hause ist mit Schweizer Franken, das ist die Finma. Bei der BaFin wäre es mit Euro. Da geht es nicht darum, ob du Deutsch wirst, sondern wenn ich als Schweizer jemanden anspreche da draussen, der Euro besitzt, und ich eigentlich ihm eine Beratung mache um das Thema Euro, dann brauche ich als Vermögensverwalter auch eine BaFin-Lizenz, weil ich ja Deutsch spreche und euch Deutsche damit eigentlich auch anspreche. Das ist ja ganz einfach. So, Englisch wäre es ein SSI und so weiter und so fort. Aber bei einem Exchange ist es natürlich anders, da werden noch viel, viel andere Sachen gemacht. Zum Beispiel ist Multi-Level-Systeme nicht erlaubt, nicht gestattet. Das ist das grösste Todesurteil für irgendein Unternehmen. Dann wird auch gerechnet, wie sicher bist du, wie informierst du deine Traders, deine Kunden, was ist dein Risk Management, wie gehst du vor? Bei Szenario A, B, C und so weiter und so fort. All das sind verschiedene Dokumente. Bei der Finma sind das circa 40 Seiten und bei der BaFin wird das ungefähr über 160 Seiten sein. Also das sind so Sachen, das muss man auch ein bisschen verstehen und nachvollziehen. Aber man muss auch hier sagen, Todgesagte leben länger. Auch hier, jetzt in diesem Fall, muss ich sagen, mir fehlen die Bücher. Ich müsste da reinschauen, in die Daten, Fakten, wo ich jetzt sagen kann, stimmt das? Haben sie noch andere Assets in diesem Vermögenswert? Diese könnten sie theoretisch abstossen und sie könnten dann natürlich ihre Kredite kaufen. Man muss auch sagen, wir sind im Bärenmarkt und im Bärenmarkt will auch ein Exchange natürlich jetzt nicht ihre Assets verkaufen. Das bedeutet ja nicht, dass keine Liquidität da ist. Man sagt einfach, im Verhältnis stimmt da irgendwas nicht. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, Leute, ja, wenn ihr unsicher seid, dann stosst diese Bestände ab, investiert da, wo ihr denkt, das sei sinnvoller. Ich bin kein Fan von FTX, ich bin aber auch kein Fan von Binance. Das sind für mich zwei zu grosse Player, die können zu viele Schaden verursachen. Aus diesem Grund halte ich mich auch primär von diesen Fällen fern. Ich bin lieber in den kleineren Reihen unterwegs, als in diesem Bereich. Also das nochmal als kleines Feedback. Was würde natürlich jetzt passieren, wenn es soweit gehen würde? Das könnte ich euch vielleicht noch ein bisschen näher bringen. Denn sollte jetzt tatsächlich die Alameda, mein Gott, dieser Name nur schon, Research, in den Insolvenz gehen, was ich nicht davon ausgehe, aber würde das passieren, dann hängt natürlich auch ein grosser Stück von FTX da mit drin. Und da ist die Frage, welche Unternehmen alles von FTX da betroffen wären und wie der Dominostein dann ins Fallen kommt. Ich werde aber das in Ruhe mal die ganze Woche ein bisschen aufarbeiten, um euch hier mehr Details liefern zu können. Aber im Grunde genommen, konzentriert euch auf das Makroökonomische und nicht auf Social Media Fights zwischen zwei CEOs oder drei, besser gesagt, die meiner Meinung nach hier ohne Datenfakten kann man nur spekulieren. Das zu diesem Teil. Ja, dann wurde ich noch angeschrieben im Academy Club bei uns und zwar hat man gesagt, Jay, wie ist das? Sind deine Ziele immer noch? Also übrigens, wir haben unsere Ziele erreicht, ja, unser Short ist wieder aufgegangen, wunderbar, aber da wurde jetzt nochmal gefragt, ja, viele YouTuber reden jetzt schon, nicht nur die Team Moonboys und auch Seriöse, dass jetzt die Bodenbildung da ist und wir jetzt endlich nach oben kommen können. Ich weiss, was die einen oder anderen meinen und darauf möchte ich gerne hinzukommen und euch das nochmal anschauen. Wichtig ist auf jeden Fall halb im Hinterkopf. Die Optionen haben wir im letzten Video darüber gesprochen, ja, die grossen Wetten im Dezember, Ende Dezember, 30. Dezember sind die Wetten am höchsten, Richtung 16.000 Dollar. Ob das jetzt wirklich eintreffen wird, ja oder nein, das ist natürlich nicht gegeben, aber wir schauen uns jetzt das hier im Chart natürlich genauer an. Ja, liebe Freunde, ich habe es ja euch mitgeteilt und ich kann es ja nur sagen, ich habe euch gesagt, wir werden zurückfallen aufs 0,5er Fibonacci. Leute, schaut genau hin, wo es hingepallert ist, wir sind exakt aufs 0,5er zurückgekommen. Ich habe euch auch schon gesagt, wie ihr das ganze Szenario vorbereitet sollt. Das hier, was ihr hier seht, ist die gelbe Linie, ist die Retracement, ja, die Fibonacci, die blenden wir kurz aus. Ich habe euch mit der Trend-basierten Fibonacci noch gesagt, Leute, ab diesem Zeitpunkt hier, ab diesem 0,866er, da geht in den Nachlaufstopp und wenn ihr das getan habt, Leute, dann macht ihr jetzt eigentlich alles richtig und ihr seht da richtig gut aus. Also, was jetzt noch Fakt ist, wir könnten hier immer noch runterfallen, wäre natürlich ein spannendes Szenario, muss aber nicht, aus diesem Grund habe ich euch gesagt, macht den Nachlaufstopp rein, sollt ihr so hochgehen, habt ihr genügend Profite gemacht, gibt ja neue und mögliche Szenarien. So, das mal zum aktuellen Trading-Bereich, wo wir darüber geredet haben und bin eigentlich schon wieder glücklich, dass sich das super aufgegangen ist und super funktioniert hat. Jetzt eben, um die Frage von Andi ein bisschen zu beantworten, er kam und sagte, hey Jay, viele haben ja jetzt gesagt, der Boden ist erreicht. Nun, als erstes muss man hier natürlich fairerweise sagen, dass wir hier oben jetzt, also was man hier in dem Bereich sieht, oftmals sehen die, weil die nur in 15 Minuten oder in 30 Minuten Charts unterwegs sind, haben wir hier natürlich schon einen gewissen Boden. Aber ich will euch jetzt etwas sagen, was wir noch vor kurzem im Livestream oder im Academy Club behandelt haben. Und zwar nennt sich das Kreuzwiderstand. Wir haben diesen Kreuzwiderstand besprochen und den gibt es natürlich nicht nur in einem Aufwärts- oder in einem Abwärtstrend, also in einem Abwärtstrend wäre es bullisch in einem Aufwärtstrend, wäre es natürlich jetzt hier bärisch, hätte dieser Kreuzwiderstand gebrochen hier auf diesem Bereich, dann wäre es natürlich hier runtergegangen, liebe Freunde. Also sei mir da nicht blauäugig. Die Makro, ihr müsst immer, das ist das, was mich oftmals ein bisschen stört. Wir haben positive Erkenntnis, dass sich der Dollar in einer Konsolidierungsphase, in einer gespitzten Form, also in einem Rising Wedge befindet und es auch einen Ausbruch nach unten geben kann. Alles korrekt und richtig soweit. Aber makroökonomisch haben wir bisher nur eine positive Nachricht gehabt und zwar, dass die Arbeitslosequote zu hoch ist und die Volkswirtschaft dementsprechend sich abbremst und die Fed Angst bekommt, oh, wir können nicht mehr auf 75 Basispunkte gehen, weil sonst bremsen wir uns noch mehr ab. Das ist die einzige positive Nachricht aktuell. Wir haben immer noch Krieg, wir haben immer noch Lieferketten, Schwierigkeiten, wir haben ein China, wo ein Wachstum hat, ein mickriges, wenn man von 4,1 Prozent, da ist es mickrig für China und wir haben immer noch aktuelle stromtechnische Probleme. Also wir haben keine aktuelle Geschichte, wo man sagen kann, hey, wir können jetzt hier völlig bullisch in dieses Szenario reingehen. Nein, hört mir auf mit Bullenmarkt oder so. Das ist noch nicht bestickt, da müssen wir über 44.000 Dollar hoch. Letztens hat mir ein Freund das geschickt, gesagt, kannst du das anschauen? Ich kannte diesen YouTuber gar nicht, mir fällt ja auch der Name gerade nicht ein, aber er hat schon gesagt, wir werden jetzt Richtung 44.000 Dollar hochgehen. Okay, naja, Fakt ist, das können wir jetzt rausnehmen, der erste Boden der Ebene wäre hier ziemlich genauso um die 20.000 Dollar. Hier unten haben wir immer noch unser letztes Szenario, was wir eben gesehen haben, da sind auch viele, viele Wale noch positioniert bei ungefähr 19 bis 18,8. Das ist eigentlich das aktuelle Szenario, wo wir uns ein bisschen ranhalten müssen und wir haben hier ein schönes Attachment nach oben. Es ist also immer noch möglich, dass wir nach runterfahren, aber warum sind die Bullisch? Das ist doch jetzt die aktuelle Frage und dafür kann ich euch natürlich schon noch das ein oder andere Inputchen geben. Erstens, wieso hat denn Jay gesehen, dass wir nochmal fallen obwohl die EMA sehr, sehr gefährlich war. Der Grund dafür lag, dass wir hier ein abflachendes Volumen gesehen haben und trotzdem ist der Preis nach oben. Das ist eine Bulltrap, das bedeutet, viele gehen da nochmal long, weil sie denken, oh, perfekt für mich, ich habe ja nochmal Chance, hier richtig Gewinne zu machen und genau dann kommt eben der Abverkauf und das hier dieses Szenario ist aktuell passiert. auch müssen wir hier die Jay Ribbon nochmal ein bisschen im Blick halten, die fängt nämlich schon wieder an, relativ schnell, ja was schnell nach oben geht, geht schnell wieder nach unten, dann kript es auch die Jay Ribbon relativ schnell zusammen. Wenn wir aber hier Support finden auf diesem unteren Niveau, also hier auf ungefähr 20.350 bis 20.400, so in dieser Range hier, dann ist es gar nicht mal so schlecht, weil dann würden wir weiterhin einen Aufwärtstrend bestätigen, den wir aktuell haben. Wenn man das jetzt ganz noch ein bisschen miteinander mit der aktuellen Situation verbinden möchte, haben wir hier oben leider nur zwei Attachments, betrifft aber auch hier eine mögliche Konsolidierungsphase von Bitcoin, wo wir sehen, und wenn wir hier konsolidieren, dann kann es natürlich sein, wir brauchen hier oben nicht wirklich viele Attachments, wir brauchen hier unten viele Attachments, denn da wo am meisten attached wird, auf gut Deutsch gesagt, da wäre dann auch ein Ausbruchsniveau möglich. Somit wäre es immer noch möglich, aktuell hier hätten wir den grössten Abverkauf, hier hätten wir den grössten Zug gekauft, das heisst, hier wäre aktuell auch ein spannendes Szenario, würden wir theoretisch nach unten ausbrechen. den Bereich, also könnten wir wieder zurückkommen auf die 19.000 Dollar, aber nur, nur, es gibt folgende Wichtigkeiten, die man wissen muss, nur, sollten wir hier weiterhin in diesem Mittelfeld stehen, dann hätte die RSI genügend Luft, wir müssen hier uns noch ein bisschen mehr ausholen, das heisst, es kann natürlich auch sein, dass wir hier kurz Attachments sehen, dann nochmal hochkommen und dann gehen wir runter und der Dollar, liebe Freunde, dürfte im Gegenzug nicht fallen, sondern er müsste wieder steigen. Also wenn der Dollar hier wieder steigt, über gewisse Niveaus hinauskommt, dann kann man wieder darüber reden, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Theoretisch könnte man hier schon eine trendbasierte Fibonacci nutzen, aber wir sind hier noch in einem gewissen Spiel drin, wo ich das noch ein bisschen laufen lassen würde, hier auf jeden Fall die Chair Rimm zusammengeschnürt, könnte also auch hier einen kleinen, kurzen Impact geben, dass wir tatsächlich hier nochmal runterfallen werden und dann würde das bedeuten, dass Bitcoin natürlich nach oben kommt, aber solange wir hier diesen Deckel nicht durchbrechen, also dieses Niveau von 21.500 nicht nachhaltig durchbrechen, dann wird es noch nicht sein, dann ist hier das Rising Wedge aktuell für uns entscheidend und auch für unsere Trades. Also aus diesem Grund, ich akkumuliere bereits schon ein bisschen Longs und jetzt kommt es warum, der Grund dafür ist hier dieser Cross, den wir sehen, der Cross zwischen der 200 und 300. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen könnten, das langfristig durchzuziehen und wir nach oberhalb diesem Szenario performen, dann könnte man sagen, okay, werden wir sehr, sehr Bullish, das kann man zum Beispiel in der Vergangenheit sehr gut nachvollziehen, da müssen wir noch ein bisschen zurück, so, voilà, hier oben haben wir mal gekritzelt zusammen, so, wo hatten wir denn das letzte hier, war das nämlich noch gut sichtbar, hier, kann man das gut sehen und mal schauen, ob wir das so hinbekommen, da seht ihr das sehr, sehr gut, wo diese Cross hier stattgefunden hat, da ging es richtig nach oben, da haben wir richtig neue Heiß gebildet und da ging es richtig nach oben, hier auch, wir haben nicht gekrosst, sind immer noch weiter nach oben gegangen, erst dann ging es hier richtig bergunter und dann fiel es relativ tief, das ist der Grund, meiner Meinung nach, wo auch viele jetzt ein bisschen darauf gewartet haben, um sagen zu können, hey, wäre das nicht das nächste bullische Szenario, ja, also da müsst ihr auf jeden Fall den Blick drauf haben, aus diesem Grund akkumuliere ich auch gerade die Longs, nutze auch hier die Chance, mache Shorts mit Nachlaufstopp und eben die Longs hier für die Planung, für weitere, ja, Aufzüge, aber, nochmals gesagt, achtet auf den Dollar, achtet auf die makroökonomische Lage, aktuell, szenario-technisch wäre es ein Rising Wedge, nach unten ausbrechen, sollten wir es aber schaffen, hier tatsächlich hier mal Schub bekommen, dann könnte es tatsächlich sein, wenn die rote Linie über der Gelbe ist, dass wir nachhaltig hier nochmal ein bisschen Antrieb nach oben sehen, so, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären über das Thema FTX und eben auch hier über die aktuelle Lage von Bitcoin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo hätte ich auch Freude, wir sehen uns sonst in der Telegram-Gruppe, sagen Tschüss aus der Schweiz, bleiben gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.